Frühlingsgefühle hatte anscheinend diese Kröte in Lobarbeck im Kreis Steinburg. Etwas irritiert dürfte dagegen der Goldfisch sein, der hier in seinem Teig so innig umarmt wird. Minutenlang dauert das Schauspiel, das unser Leser Ralf Richter aufgenommen hat. Verantwortlich dafür ist eine merkwürdige Laune der Natur. Der sogenannte Amplexus, ein hormongesteuerter Klammerreflex von Krötenmännchen. In der Paarungszeit werden damit eigentlich die Krötenweibchen umklammert, so lange bis die Paarung beendet ist. Allerdings, die Männchen sind dafür bekannt auch gerne mal daneben zu greifen, ohne ihren Irrtum zu bemerken. Der Goldfisch kennt diese Details zum Glück nicht und konnte seinen Liebhaber mittlerweile wieder abschütteln.